Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei Beepart Gaming. Ich bin Benni, auch bekannt als Taz und ich möchte euch in diesem Video die neuen Quick Tactics in FIFA 19 vorstellen. Nicht nur die grundsätzlichen Taktiken wurden überarbeitet und jetzt durch die Dynamic Tactics ersetzt, dazu haben wir übrigens auch schon Video, ist hier entsprechend eingeblendet, sondern auch diese Taktiken, die man bei der Steuerkreuz mitten im Spiel einstellen kann. Da gibt es jetzt neue und auch die Vorgehensweise, wie man es macht, wurde leicht verändert, wird jetzt hier entsprechend in dem Video vorgestellt und ich möchte mich aber vorher noch ganz kurz bei EA bedanken, dass wir auf der Gamescom schon die Gelegenheit hatten, FIFA 19 aufzuzeichnen. Zunächst einmal die Erklärung, wie es denn jetzt abläuft mit den Quick Tactics. Es funktioniert weiterhin über das Steuerkreuz und das heißt, über nach unten oder oben drücken von dem Steuerkreuz ruft man die defensiven oder offensiven Quick Tactics an. Werde ich gleich nochmal genauer vorstellen, aber das Schöne ist jetzt, was man schon hier sieht, es gibt jetzt pro Quick Tactics so einen Regler, der zeigt, ob diese an oder aus ist und das ist eine riesen Weiterentwicklung, weil vorher hat man das nicht gesehen. Da wusste man nicht, ob die Taktik an oder aus ist und dann hat man sie immer wieder angemacht, um sicher zu gehen, zum Beispiel bei Pressing und das ist jetzt anders geregelt, sondern das Menü zeigt einem direkt diese Quick Tactics an, dann ist es entsprechend hier mit grün zu sehen und wenn sie aus ist, ist der Regler nach links und kein grün und damit ist klar, die Taktik ist gerade auf ausgestellt. Es gibt eine Ausnahme, das ist die Abseitsfalle und das werde ich euch gleich nochmal genauer zeigen. Jetzt möchte ich einen kurzen Überblick über die neuen Taktiken geben und wir fangen an mit den defensiven Quick Tactics. Dafür entsprechend einfach im Spiel das Steuerkreuz nach unten drücken und dann öffnet sich das folgende Menü und hier sieht man jetzt, dass man über die vier verschiedenen Richtungen vom Steuerkreuz die vier verschiedenen Taktiken aktivieren kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel Striker Drop Back aktivieren möchte, nach unten drücken, das Menü öffnet sich und dann nach oben und dann aktiviert man, dass die Stürmer sich nach hinten fallen lassen in der Verteidigung. Links ist Team Pressing, das heißt, das kann man nochmal zusätzlich aktivieren und das überschreibt dann auch die aktuelle Verteidigungseinstellung, das heißt, damit kann man einfach ganz kurzzeitig das Team Pressing aktivieren. Nach rechts ist Overload Ball Side, das heißt, dann verschiebt das Team stärker auf die Seite, wo gerade der Ball ist, beim Gegner entsprechend und dann nach unten ist Offside Trap oder die Abseitsfalle und ich hatte schon angedeutet, das läuft ein bisschen anders, weil das ist eigentlich die einzige Taktik, die man nur kurzfristig aktiviert. Alle anderen, sobald man sie anstellt, bleiben an. Die Offside Trap ist nur in dem Moment, wo man es eingibt, dann auch aktiviert, das heißt, dann rücken die Spieler raus und danach ist sie nicht mehr eingestellt. Weiter geht es mit den offensiven Quick Tactics und dafür muss man zunächst im Spiel der Steuerkreuz nach oben drücken, dann öffnet sich das Menü, wo man dann wieder über die vier verschiedenen Richtungen vom Steuerkreuz vier verschiedene Taktiken anstellen kann und wenn man nach oben drückt, dann aktiviert man Get In Box, das bedeutet, dass mehr Spieler beim Angriff mit in den 16er hineingehen. Nach links ist Attacking Fullbacks, das bedeutet, dass die Außenverteidiger sich mehr in den Angriff mit hineinschalten. Nach rechts ist Huck Sideline, eine sehr interessante Einstellung, dadurch gehen dann die Außenverteidiger und Flügelspieler ganz stark auf die Außenposition, das heißt bis zur Außenlinie, so kann man das Spiel besonders breit machen. Und dann nach unten ist Extra Striker, das bedeutet, dass man dann nochmal einen zusätzlichen Stürmer mit in den Angriff hineinbekommt. Am Ende möchte ich was zu den Auswirkungen der Quick Tactics erklären, weil, um das ganz konkret festzuhalten, man kann damit die vorher eingestellten Taktiken in Dynamic Tactics überschreiben. Heißt, die Quick Tactics haben eine höhere Priorität und bedeutet konkret, wenn man zum Beispiel vorher eingestellt hat, dass der Defensivstil sein soll, dass sich einer hinten fallen lassen und man macht dann über das Quick Tactics Menü das Teampressing an, dann zählt das mehr und die Mannschaft spielt Teampressing. Das bedeutet, über die Quick Tactics hat man nochmal eine weitere Möglichkeit, schnell und einfach auf gewisse Spielsituationen zu reagieren, weil man zum Beispiel keinen entsprechenden Gameplan vorbereitet hat, wo Teampressing dabei ist. Oder man liegt am Ende zurück, möchte nochmal mehr Offensivdruck erzeugen und gibt dann einfach über die Quick Tactics die Einstellung, dass die Außenverteidiger mit in den Angriff hinein sollen, ohne dass man das nochmal vorher in den Taktiken, in den Anweisungen feststellt oder dass nochmal ein weiterer Stürmer mit dazu soll. Das heißt, so kann man nochmal gezielter reagieren und was ich auch festhalten kann, dass man die Einstellung auch direkt spürt. Sieht man ja auch zum Beispiel an diesem Beispiel mit Huck's Sideline. Wenn man das einstellt, sieht man das direkt, dass danach die Außenspieler unglaublich weit auf die Außen gehen. Auch nochmal eine weitere Möglichkeit, um zum Beispiel auf die gegnerischen taktischen Einstellungen reagieren zu können. Tja, und ich denke, damit wird klar, in FIFA 19 gibt es viele taktische Möglichkeiten, um sich zum einen auf den Gegner einzustellen, aber auch um die Taktik dem einen Spielstil anzupassen. Und ich denke, das wird eine der ganz großen Herausforderungen in FIFA 19. Und ich hoffe, dass dieses Video schon mal eine erste gute Hilfestellung war, um die ganzen Möglichkeiten zu überblicken. Und wenn das der Fall war und es euch weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und teilt es auch mit euren Freunden, die daran interessiert sind. Und sobald das Spiel dann draußen ist, probieren wir euch natürlich weiterhin Hilfestellungen zu geben über Videos, wie das Ganze funktioniert, was am besten funktioniert, was gute taktische Einstellungen sind. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, den Kanal definitiv abonnieren und die Glocke aktivieren. Und taktische Einstellungen sind natürlich auch etwas, was wir gerne im privaten Coaching vermitteln. Das werden wir auch weiterhin in FIFA 19 anbieten. Mehr Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Und schaut auch die weiteren Videos zu den neuen Features von FIFA 19 an. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin damit raus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.